Was geht ab meine Freunde des guten Geschmacks, wir sind wieder in der anderen Munde und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir Skittles testen, aber nein, nicht die Fruits, auch nicht die Crazy Sober Skittles, sondern diese Limited Edition Skittles Dark Side. Einen Zuschauer, ich glaube das war der Manal Manal, er hat sich gewünscht, dass ich diese Skittles Halloween Edition probiere. Ich muss gestehen, ich habe es aber auch in den Kommentaren geschrieben, ich weiß nicht, ob das die Halloween Edition ist. Ich weiß es nur, dass es hier eine Limited Edition ist, wie es hier drauf steht, aber ob es zu Halloween gehört, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen rumgestöbert und das halt dann gefunden und auch bestellt, seht ihr in meiner World of Streets Haul. Sonst Freunde, ja so viel dazu, wir werden das Ganze heute probieren. Die anderen Skittles werden wir nicht probieren, die wollte ich damals eigentlich ursprünglich für ein anderes Video benutzen. Werde ich aber auch noch machen, deswegen kommen die weg. So, heute geht es nur um die Dark Side Skittles. So, wir brauchen erstmal ein Brettchen hier. Und Dark Side Skittles, finde ich denn schon irgendwelche Informationen? Unlock the rainbow, taste the rainbow. Was steht hier noch? Ouvrir et jeter à la blablabla, c'est français. Je ne pas français, deswegen keine Ahnung, ich kann es nicht weiterlesen. Release the ammunition here, okay. Was erwartet uns denn hier? Das ist hier ein Fruchtgeschmack, knuspriger Zuckerhülle mit Fruchtgeschmack. Okay, das war es. So, dann reißen wir das Ganze hier mal auf an der Seite. So sieht das Ganze hier aus. Dark Side, Dark Side. Also ich habe keine Ahnung, was das soll. Also Skittles halt schmecken verdammt süß und sind auch verdammt geil. Die fallen mir gerade alle weg. Im Nachgeschmack werden die sehr süß. Alter, warum wird es auch einmal so minzig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, diese Geschmacksrichtung gibt es auf jeden Fall nicht bei den Fruits. An sich schmecken gut, aber im Nachgeschmack werden die ein bisschen säuerlich oder sauer. Ich kann ja auch die ganzen Fruchtgeschmacksrichtungen irgendwie nicht raustasten, was auch ein bisschen komplizierter ist, als ich dachte. Ich gucke nochmal auf die Verpackung, ob ich da was finde. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was an diesen Dark Side Skittles so besonders ist und warum das denn limitiert ist. Liegt es einfach nur daran, dass die Skittles Süßigkeiten einfach nur eine dunklere Farbe haben, anstatt zu den normalen. Ich bin mir da nicht unsicher. Freunde, wenn ihr wisst, warum oder was für einen Unterschied es da gibt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe da jetzt nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Wenn ihr den Unterschied kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Freunde, kurz mein Fazit. Die Skittles Dark Side Limit Edition an sich finde ich lecker. Da kriegt man auf jeden Fall guten Fresskick, beziehungsweise wenn ihr das kennt, man fängt mit einer Süßigkeit an und man kann nicht aufhören. Das ist hier bei den Dark Sides auf jeden Fall so. Oder bei den Skittles an sich. Finde ich gut. Daumen nach oben von mir, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze zu probieren. Tut es auf jeden Fall. Ihr macht keinen Fehlkauf. Und Freunde, das war es auch schon mit meinem Schnelltest-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten geben. Sonst für weitere coole, fresh Videos einfach unten links auf Abonnieren klicken. Und im Anschluss könnt ihr euch diese beiden Videos rechts an der Seite anschauen. Freunde, danke, dass ihr bis zum Ende mit mir durchgehalten habt. Freunde, und wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Bis dann. Tschüss.